«Sinnsuche» – die Sommerserie im Fenster zum Sonntag. Früher Partygänger und Lebemann, heute Biopur und Helfer in der Not. Stefan Mag ist definitiv ein Unikat und sprudelt vor Ideen. Wie gut, dass er eine Frau hat, die seine Projekte auf den Boden bringt. Ich war einen Tag lang bei Ihnen auf dem Berghof. Besuch beim Aussteiger und Schafzüchter im Fenster zum Sonntag.